Herzlich willkommen, Freunde, zu We Love Our Fans. Mein Name ist Vero und ich habe hier heute Zach Abel zu Gast. Hello! Hello! Ja! So, We Love Our Fans funktioniert folgendermaßen. Und zwar muss der Künstler schnellstmöglich zehn Fragen beantworten. Aber natürlich gibt es eine kleine Challenge. Er muss Jenga spielen. Ja, Jenga. Ja, exakt. Genau, also er muss dann während der Fragen immer so ein Steinchen nehmen, oben rauflegen. Und wenn der Turm vorher stürzen sollte, kriegt er gute eine Strafminute obendrauf. Ja, ja. Und den Highscore führt gerade Bibi Rexha an. Und ja, jetzt heißt es, dass er das irgendwie unterbieten muss. We're gonna beat Bibi Rexha, right? Yeah. Okay. Three, two, one, go! Name three artists you listened to over the last days. Drake, Justin Bieber and Ed Sheeran. Okay. What do you eat when you're in a hurry? Porridge. Ooh. What is your weirdest nickname? Zanel. Name a song you always sing in the shower. Uh, can you feel the love tonight? Your flight was delayed. What do you do to kill time? Play chess. What was the weirdest gift you ever received from a fan? Um, go, 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 go. A mixtape of them singing. What do you do before a concert backstage? Get very nervous. If you had a billboard screen on the New York Times Square, what would it say? Love yourself. What was the first record you bought? Maverick Saber. Hey, go, 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 go. Maverick Saber's first album. Okay, complete. Never have I ever. Um, drunk absinthe. Stop! Oh, you need love, but I'm in my zone. I know. One minute, one second. Oh, my God. Is that good? Is that good? It is perfect, but Bibi is still back. No. What did she get? What did she get? One minute. Come on. Yeah, shit, I know. So, yeah, long questions, maybe it was my fault, but I'm so sorry, but hey, you made it really, really good, so. I can't blame you. I take a lot of questions. Cool. Ja, das war's mit dem Video. Ihr könnt euch natürlich noch das We Love Our Fans mit Bibi Rexha anschauen. Da isst sie nämlich Marshmallows. Und natürlich unser Weekly News Format, was geht. Ja, und ich mach jetzt noch ein Foto von dir, ne? Und du wirst sie noch unterschreiben. Ja, und das könnt ihr gewinnen. Und zwar mit dem Comment unten, Hashtag Zag Able Foto, und dann macht ihr auch schon mit beim Gewinnspiel. Bis dann, tschüss. Ciao. Bye. Bis dann, tschüss.